Also, entweder 711 oder 86 oder vielleicht 103,5. Pitti weiß es nicht so genau. Das kann doch nicht sein, Pitti, dass du nicht weißt, wie alt du heute wirst, nack, nack, nack. Oh doch, mein Schnattchen, das ist bei Kobolden so, kannst du glauben. Ich weiß nur, dass ich heute um Punkt Nachmittag Geburtstag habe. Also gut, dann beginnt deine Geburtstagsfeier auch erst um Punkt Nachmittag. Bei mir an der Laube. Und dann bekommst du dein Überraschungsgeschenk. Ein Überraschungsgeschenk. Was ist es? Nun sagt schon, Pitti will es sofort wissen. Oh nein, Pitti, erst um Punkt Nachmittag. Komm, Moppy, wir haben noch viel zu tun. Ja. Ein Überraschungsgeschenk. Pitti platzt vor Neugierde. Äh, er muss unbedingt rausfinden, was für ein Geschenk er bekommt. Das sieht ja schon toll aus. Aber Pitti kann sein Geschenk nicht sehen. Er muss sich unbedingt näher anschleichen. So, fertig. Oh, Schnattchen, das ist toll geworden. Ja, na, na, jetzt müssen wir nur noch... Moment mal. Ach, du meine Nase. Sofort aufhören. Pitti wird dir Pitti-Pitschnass. Na, sowas Pitti. Wie kommst du denn in den Durchschnack-Nach? Ach, Schnattchen. Moppy. Pitti hält es einfach nicht aus bis Punkt Nachmittag. Er muss jetzt wissen, was er ihm zum Geburtstag schenkt. Ist es was Gekauftes? Äh, nein. Ui, dann ist es was Gebasteltes. Nein. Dann ist es was zum Essen. Leider nein. Was Rundes? Nein. Was Eckiges? Nein. Was Rotes? Nein. Oh, dann weiß Pitti es nicht. Er muss jetzt sofort sein Geschenk sehen. Tja, aber das kann man gar nicht sehen. Was? Das kann man nur hören. So? Sind die Ohren wieder trocken? Ja. Und es ist Punkt Nachmittag. Also hör gut zu, Pitti. Nack, nack. Ho. Oh. Bumdi bumm. Badabadum dumm. Wieder ein Jahr rum. Badum dumm. Bumdi bumm. Badabadum dumm. Wieder ein Jahr rum. Badum dumm. Bist vier oder sieben. Oder hundert drei. Du hast heute Geburtstag. Alles andere ist einerlei. Bumdi bumm. Badabadum dumm. Wieder ein Jahr rum. Badum dumm. Bumdi bumm. Badabadum dumm. Wieder ein Jahr rum. Ein eigenes Geburtstagslied. Das ist das schönste Geburtstagsgeschenk, das Pitti je bekommen hat. Kannste gleich. Oh. Alles Gute. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Pitti. Ja. Und jetzt lasst uns Kuchen essen. Den hast du ja nicht gemacht. Ja, den hab ich selbst gemacht. Richtig. Okay. Ich weiß nicht. Du Hör gewaschen.